Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keyes orten können. Tempo Marines, los, los, los! Das Corpens hat uns nicht nach Zeit! Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Macht Sie fertig! Hey, das war meine! Willst du mehr? Ja. Hey, wir haben es geschafft. Wir sind direkt hinter Ihnen, Chief. Halt! Bewegungsverfolgungssystem zeigt Aktivität in der Rüge. Wir sind bereit zum Vorrücken. Sie beiteln uns an, Cortana. Wir sind bereit zum Vorrücken. Wir sind bereit zum Vorrücken. Richtig! Inspektor! Aus nächster Partei zu kommen! Truppen der Allianz voraus! Über den linken Pfad müssten wir Sie unbemerkt umstellen können. Wir bleiben zurück, während Sie in Stellung gehen, Chief! Wir bleiben zurück! Cortana anfeuert Team Charlie! Rücken Sie links vor! Sie müssen den Feind umgehen können! Roger! Mit Bombing grüßen! Ihr bleibt! Geht! Alarm, Landungsschiffe der Allianz im Anflug. Kurde, Schuss. Kurde, Schuss. Kurde, Schuss. Kurde, Schuss. Kurde, Schuss. Kurde, Schuss. Ich komme mit ihm! 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 Ich bin ich! Ich komme mit ihm! 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 Ich... Ich komme mit ihm! Ich komme mit ihm! Ich bin ich! 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 Ich bin ich!